Ich heiße Kat. Ich bin Raoul. Ich suche keine Freunde Raoul. Alle in meiner Umgebung. Sie sterben. Ich weiß, was du bist, Kat. Etwas Besonderes. Hallo, Hanna-Mädchen. Wir sind Wendell und Wyatt. Deine persönlichen Dämonen. Wir geben dir, was immer du willst. Ich will einfach nur meine Eltern wieder. Und die sind tot. Null Problemo. Easy peasy. Wenn du uns hilfst, machen wir sie wieder lebendig. Bist du das kalt? Mann, Ed. Versprichst du, unsere Dienerin zu sein? Sie können leufe Zeit, Jürgen. Und zwar für immer. Ich schwöre es. Ich bin so traumatisiert. Du bist so traumatiert. Ihr wisst einfach. Der Mann. Ich sehle. Vielen Dank. Vielen Dank.